Ich darf mich heute um 8 Uhr nochmal testen. Ich sehe, okay, mach es nochmal. Ich gehe natürlich ohne Frühstück, gehe ich zum Arzt. Ist negativ. Oh shit, okay. Ich fahre mit dem Thomas Heng, dem Sportdirektor, privat nach. Habe zwei Kaffee getrunken, ein Mettbrötchen und ja, jetzt haben wir echt gewonnen und haben noch getroffen. Das ist natürlich ein Tag, den ich mir so nicht vorgestellt hätte. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.